Und da hat er auch schon den Ball. Die neue Geheimwaffe der Nationalelf. Rocco Rummenigge, der neue Star am Fußballhimmel. Ja, das sieht gut aus. Nein, er läuft aufs falsche Tor. Ai, das war knapp. Fast ein Eigentor. Aber Rocco holt das Ledergekonnt aus der Gefahrenzone und läuft im Alleingang in Richtung. Ja, in welche Richtung läuft der überhaupt? Der scheint gerade ein wenig die Orientierung verloren zu haben. Nein, nicht schon wieder ins falsche Eck. Kleine Show-Einlage. Das bringt er öfter, der kleine Spaßvogel. Und jetzt hat er den Ball wieder. Und, ah, hinterm Tor vorbei. Nochmal. Gute Technik, gute Technik. Ja, weiter so. Ah, schon wieder hinterm Tor vorbei. Nein, wo will er denn jetzt hin? Das ist doch nicht das Tor. Und, ah, nein. Das Spiel ist aus. Es bleibt 0 zu 0. Und, ah, ja. Und, ah, das ist doch nicht so. Vielen Dank.